Du überlegst dich selbstständig zu machen oder willst einfach mehr Erfolg in deinem Leben haben? Nun, dann habe ich heute ein paar wichtige Informationen, Gesetzmäßigkeiten für dich unter dem Titel von Nix kommt nix. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahrhunderten von Menschen dabei, sich selbstständig zu machen, sprich also erfolgreicher zu werden. Und fast alle stellen sich natürlich die Frage, wird das für mich funktionieren? Was genau muss ich tun? Gibt es eine Garantie? Sind die anderen vielleicht besser als ich und ich gar nicht dazu fähig? Und diesen Zahn, den werden wir heute gemeinsam ziehen, dass es da Zweifel daran gibt, dass du erfolgreich sein könntest. Es gibt da draußen viele Menschen und viele Meinungen und viele Theorien, nur diese meistens nicht wirklich belastbar. Belastbar sind nur Gesetzmäßigkeiten, die immer wieder funktionieren, die für alle funktionieren, für mich und auch für dich. Und eine dieser Gesetzmäßigkeiten, die wenden auch heute wieder Millionen von Menschen weltweit an, die nämlich ein Stück Saatkorn draußen auf das Feld packen und sich darauf verlassen können, dass die Pflanzen wachsen und schließlich aus diesen gewachsenen Pflanzen dann auch die Ernte resultiert. Das bedeutet, das Gesetz von Saat und Ernte ist eines der wichtigsten Gesetzmäßigkeiten, von denen wir Menschen leben, auf die wir uns verlassen können. Und das dahinterliegende Gesetz von Saat und Ernte, das heißt Ursache und Wirkung. Wenn du jetzt gerade auf dein Handy schaust, dann ist das die Wirkung von vielen tausend Menschen, die Ursachen gesetzt haben. Wenn du jetzt gerade in deinen Laptop reinschaust, dann ist das auch eine Wirkung von Ursachen, die viele tausend Menschen gesetzt haben. Und wenn du in dein Auto steigst, dann ist das Auto auch eine Wirkung, eine Leistung von vielen tausend Menschen. Selbst in der Wohnung, in der du jetzt bist, neben dem Haus, in der du bist, auch das ist eine Wirkung von vielen tausend Menschen. Ich lade dich dazu ein, einfach mal alles auf den Prüfstand zu stellen, was dich umgibt. Alle Wirkungen, die du hast, der Stuhl, auf den du sitzt, die Kleidung, die du anhast, die Lampe, die technischen Geräte, alles mal zu überprüfen, was da die Ursache war. Denn die Gesetzmäßigkeit, die dahinter steht, dass also Menschen Ursachen setzen können für Wirkung, die funktioniert übrigens nicht nur für andere Menschen, sondern genauso für dich. Das bedeutet zusammengefasst, dass alles, was dich umgibt, zunächst einfach mal ein Gedanke war, wo jemand gesagt hat, ich bringe die Ursache raus, um die Wirkung zu erzeugen. Und wenn du noch nicht selbstständig bist, wenn du noch nicht unabhängig arbeitest, dann hast du einfach die Ursache noch nicht gesetzt. Wenn du noch nicht das Geld auf dem Konto hast, dann hast du noch nicht die Ursache dafür gesetzt, dass du mehr Geld auch hast, dass du mehr dienst, um mehr zu verdienen. Und wenn du noch nicht den Lebensstil führst, den du so wünschst, dann hast du einfach die Ursache noch nicht gesetzt, dann hast du das Saatkorn noch nicht in den Boden gedrückt. Ich lade dich also mit diesem Video zu einem kompletten neuen Weltbild ein, dass alles, was du heute hast, eine Wirkung ist der Ursachen, die du in der Vergangenheit gesetzt hast. Und zweitens lade ich dich dazu ein, davon aber auch abzuleiten, dass alles, was du dir wünschst als Wirkungen und was du dir vorstellen kannst, dass das für dich auch machbar ist, wenn du herausgefunden hast, welche Ursachen gesetzt werden müssen. Und so ist es schließlich auch bei einer Unternehmensgründung, bei einer Selbstständigkeit. Das Saatkorn in den Boden zu drücken, ist leicht. Es dauert eine halbe Stunde, eine Stunde, Gewerbe anzumelden, Finanzamt sich anzumelden, sich eine Domain zu sichern, eine Visitenkarte zu drucken und zu starten. Aber klar ist natürlich auch, dass in diesem Saatkorn, was du in den Boden drückst, dass da eine DNA enthalten ist, ein Plan, ein Bauplan. Und diesen Plan, diese DNA für deine Geschäftsidee, die brauchst du auch, das ist ein Businessplan. Und wenn du Unterstützung wünschst bei der Erstellung deiner DNA, deines Businessplans, dann lade einfach unseren Gutschein runter für ein kostenfreies Erstgespräch. Unsere Berater, unser Team hilft dir gerne dabei, einen professionellen Plan zu erstellen und den auch umzusetzen. Das machen wir mehrere hundert Mal, sind zertifiziert und deshalb kannst du noch einen Zuschuss bekommen für unsere Leistung von 50 bis 100 Prozent. Ich wünsche dir viel Erfolg, abonniere jetzt gerne unseren Kanal und empfehle uns weiter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50 bis 100 Prozent. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Bis zum nächsten Mal.